Was ist die Mastzellen? Mastzellen stehen im Zentrum entzündlicher Erkrankungen an den Schleimhäuten, an der Haut. Also auch bei Nahrungsmittelallergie, vielleicht auch bei nicht allergischen Unverträglichkeiten. Darum macht es Sinn, Mastzellblocker einzusetzen, die sich wie ein Film über die Schleimhaut legen und die Mastzellen daran hindern, Histamin und andere Mediatoren freizusetzen. Untertitelung des ZDF, 2020